Musik 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 Das dauert ganz schön lange Musik Vor Musik 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 nossos Ich kann schon was nützliches machen, ne? Ich muss den Waba fahren gehen. Ich baue gleich den Extractor. So, und du? Da hast du noch was. Danke. Da hast du noch ein wenig. Gibt's ja. Danke. So, jetzt habe ich hier wieder fertig. Stickerisiert. Brot dran drücken. Auffüllen. Nur noch ein wenig. Nur noch ein wenig. Ach. Boah. Ich freu mich denn hier um mein ME System. Oh. Jo. Ein, 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 ein. Kannst du das hier jetzt alleine lassen? So, fast fertig. Die haben noch genug Wasser. Das ist jetzt seine letzte Kohle. Hau schon mal ein bisschen Kohle hier rein. Da reicht es noch. Da reicht es auch noch. Okay. Ja, okay. Das dauert wenig. Das dauert ein wenig. Okay. Okay, ich warte noch ein wenig. Das ist ja gleich fertig. Dann kann ich schon mal hier das, äh, in dem Controller das Rezept hier schon mal absprechen. Okay, 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 okay. So, dann war es das und das. Da kommt dahin der Chip. Und hier kann ich mal das hier absprechen. Da wäre das hier Eisen, denke ich, oder? Das war doch Eisen. Eisen. Die vier Kristalle. Graz Kristalle. Graz Kristalle. So. War auch Eisen. Ja, Eisen da. Und dann wollen wir auch den machen. Fertig. Ist. Ist. Da. Ja. Ich hab ihn. So. Me Controller. Ola. Ja. 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 Energie ohne Ende. Warte, 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 warte. Eigentlich nicht explodieren. Okay. Nicht explodieren. Wie hier wenn ihr explodiert. Oh. Ähm. Ähm. Ich lasse es rein. Okay. Die bleiben da drüben. Eine e- Michelle je prendere Ein e... Okay. Dann werden wir drops noch money. Gold, ein 13 Nm. Okay. Igitt. Glick, hab ich die Energie drinnen gelassen. Glick, hab ich die Energie drinnen gelassen. Und Resto, ich füge den hier, wie ich jetzt arbeite. So, da hole ich nochmal das hier rein. Wasser. Insi, Kohle, Kohle, Kohle. Da auch nochmal. Und jetzt mache ich schnell nochmal. Alter, 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 ich muss Ressourcen fressen, Ressourcen fressen, ne? Jetzt kann ich das Stück schnell auffüllen und dann Gas geben. So, 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 so. Ich denke, ich brauche diesen Scheiß-Ding dann noch mehr, mehrmals. Deswegen, los geht's. es geht nicht mehr der geht aber schneller, oder? Ah, leck mich doch! Ja, ist ja nix! Ja, okay, der muss eigentlich theoretisch schneller gehen. Also nur theoretisch. Oder ich mach noch ein paar von denen, dann gehts noch schneller. Außer ich hab einen E-Controller. Der erste Erfolg, ne? Ich hab noch die hier. Die brauchen... Nur die Restung, so genau. Äh, hab ich's Level, 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 Level? Nein. Aber jetzt... Okay, also... Hier. Die Gold-Pipe brauche ich. Und die Holz... 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 Ich hab doch... Ich hab doch... den Lug gemacht. Ich weiß, es reicht. Oder ob ich es da rein kann. Oder dann... Okay. Dann... Okay... 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 so jetzt und und ein Speck kann ich mal angemacht werden aber das war und also die 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 okay Ok... YOLO. Keine Ahnung, wie das Scheiß nicht geht. Achja, noch etwas zusammen. Was macht bei mir? Auf dem Wasser... Auf das Wasser achten! So... Toll, die sind schön durchgebrannt. Ok, keine Pole. Der macht das jetzt auch noch nicht lange mit. Was für eine Pole, Pole, Pole! Kann ich nicht mehr, fahre ich mit. Bei eBay, bisschen was rein. Ja, noches Wasser. Blablabla. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Und äh... Hast ja noch Kohle. Und da. Und da. Und Wasser. Ok, Redstone. Da. Ich möchte mal gucken, ob ich damit retzter machen kann. Blablabla. Mm, 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 mm. Quillpap. So, einfach alles. Ich habs ja... Wieso läuft ihr einfach nicht, ihr Arschpacken? Wieso geht der nicht? Wollt ihr Stress? Wieso geht das nicht? Ich kann das nicht so ansetzen. Gibt's jetzt wenigstens? Willst du mich verarschen? Hallo? Mach doch mal was! Alter, die wollen mich wirklich verarschen, oder? Verarschen, oder wat? Was? Das ist ein Schatz. Mach es mal da. Ich dachte, es wäre eine Besserung. Oder es wäre eine Sphäre. Wieso packe ich eine Erde rein? Das hier kann rein. Das hier kann rein. Mal kurz sortieren. Der Controller kann rein. Das brauche ich nicht. Die können auch mal in die Arschlöcher. Wasser, Wasser, Wasser. So. Okay. Zurück. Die andere Seite bin ich. Ich kann hier ein bisschen gucken. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Haha. Egal. Anders war ich hierher. Okay. Dann machen wir direkt an den nächsten. So. So. M, 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 M. Ich bräuchte dann das hier. Hier und das hier wird dann mit dem gemacht. Und dann brauche ich die einfach nochmal. Okay. Ich brauche nochmal Silikon. Nimm ein Silikonmagnetel. Dankeschön. Du hast auch fertig. SeBis. So. Dann wäre das schon. Und schon ... Das eine Silikon, unten. So, das fertig. Dann kann o, 2,0 und so ... Und so. Dann markiere ich mir das Rezept hier nochmal von dem, etwas so und so und so und sage ich jetzt mal Talara. So, das habe ich jetzt. Dann fehlt mir den hier. Und das hier mache ich wie? Nein, das Rezept davon will ich wissen. ME-Kabel, wie machen wir ME-Kabel? Wie mache ich den fucking Kabel? Okay, Quatsch. Aha! Zoom hören den ME-Kabel. So. Entschuldigung. Und das war das, ne? Mit Glas. Wie es mir scheint, muss ich sehr viel mit dem... Ja, geil. 1, 2, 3, 4. So. So. Markieren. Reisen, reisen. Dat, den, dat, den. So. Und das zweite wurde erschaffen. Wasser, 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 Wasser. Naja, wusste ich doch. Mh. 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 1x2 die müssen leider länger arbeiten das ist jetzt wirklich unendlich Wasserquelle und die einfach vollpuppen hier ich hab noch diesen kleinen Marschloch hier dann baue ich einen Tank da gehts ja so einen Tank zum 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 dann nehm ich mal die Marschbutton ich hab ja kein Kaktusgrün ne oder kann ich Kaktusgrün machen ich kann ja hier auch die Farben variieren mit dem ne oder wie geht das so nochmal hier auf die Rezepte schauen die Farben waren die Farben waren hier da ich brauch das Zeug oder 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 das 3 Ich weiß, ob da drauf ist. So Rosenrot. Und da hier. Ich doch so. Hab ich doch. Da da. Und da da. Wieso kommt da nix? Wieso kommt da nix? Oh man. Wieso kommt da nix? Hm? Ich bin ein bisschen verwert. Ist doch Rose. Oh, was kann ich alles noch machen? Oh, oh. Alter, 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 alter. Alter. Okay. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Die haben aufgeliefert keine Kohle. Da hat man noch. Okay. Das auch nicht alle. Alter, Poplar. Ich hab's wirklich Kohle, Mama. Warte, ich komm mal auf. Ob ich jetzt irgendwie Glück hätte. Okay. Ich hab's das hier verzaubern. Effizienz. Fuck. Für meine Tasche. Schärfe. Kann ich das hier verzaubern? Egal, komm. Ich nehm noch bisschen Kohle. Das will ich nicht färben. Dann leck mich doch. Dann willst du halt nicht färben. Ich hab immer noch das hier. Nicht schön. Ich muss dann trotzdem nochmal kurz zur Süße. Also wenn ich hier irgendwo eine habe. Oder Kaktus. Irgendwo. Whatever. Ich brauch einfach einen Kaktus. Wasserfest. Ich brauch die wasserfesten Rohren, um Wasser zu transportieren. Ähm, ähm, Kohle da. Ne, da kommst du irgendwie rein. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauch nochmal von dem Wasserbehalt dann. Okay. Ich hab keine Ahnung wie lange ich aufnehme. Aber trotzdem schneide ich das ja zu. So, schön aufhören, schön aufhören. Lalalalalalalalalalalala. Schön hin und her, hin und her, okay. Okay. Keine Ahnung. Okay, da brauchst du nicht da. Okay, einer ist schon rausgefahren. Kein Bock, dass er dich spawnt. Einer. So. Also kann ich das jetzt auch nicht, noch nicht gebrauchen. So, das ist doch mal ein bisschen besser. Mehr Platz. Im Winter. Ich dachte, ich hab schon gemacht, nichts mehr zu essen. So Leute, ich denke das war's. Ich mach einfach nochmal den Chip hier fertig. Also pass auf und füll ein bisschen auf. Mach nochmal den zweiten Chip. Und also offline. Und viel Spaß noch Leute. Also ciao.